Jetzt müssen sie bluten. Ich glaube, sie haben ein wenig zu viel Wut in ihm geweckt. Oh, was geht mit ihr ab? Oh, ihr Bitches. Ist ja nicht zu fassen. Eine Finte. Onizita! Aber was ist das? Huh? Tsss. Apparently, sie weiß nicht, wie sie mehr zu schreien. Was ist mit dir? Ich glaube, wir haben uns verletzt, Enzo. Sie ist ein Koros. Well found, little one. You're the least stupid of the two. Finally, something that you do better than you other half. I am Onya Koros, second chief of the gang of Koros. I am also Onizita, the girl who attracts all the foolish saviors of damsels in distress in the forest. I admit that you have indeed been particularly gullible. I have awarded you a record for your naivety. By my Isha, observing you was really irritating. I thought that I was going to step myself with one of my daggers. Watching us? You're there all the time? Ja, sie hat euch verarscht, Junge. Yes, and I have to watch all your arguments. You represent exactly what I hate in this world. Aaron, you represent the kind of woman who is nothing without a man. You make me sick. Aaron, don't listen to him. Him? Wie jetzt him? Das ist ne Frau. I am going to end it with her. You mocked us, so prepare to feel the wrath of the king of Zama. Even now your man has to defend you. You've been useful to my plans. Now I am going to get rid of you. Then, I will be one step away from ruling all Koros and Bodhi up. Ach, alleine kämpfen ist wohl nicht so bei dir, huh? They are coming. I must go fast. Enzo, wait a bit. Huh? Only a Koros, right? Huh? I have a question. Were you part of the massacre of Bodhi up's immigrants? The bunch of hopeless nobodies? I personally gave the order to finish them off. My little truck has enjoyed the meal. And you are the next on the menu. In that case, this is personal. Are you threatening me? That's a good one. And what are you going to do? Cry and call for your husband to help you? Are you going to do it? Holy shit. What's this Awa? She's not an orionic. What the? Onya. You're in for a rough time. All my life, I grew up respecting the principles of Zama. I never wanted to harm others. I chose to become queen of Zama and to wear Muyuni Okuta. I swore that I would be by the side of the king of Zama for better and for worst. And you... You have insulted me, you have insulted all the queens of Zama and you have insulted the kindness of the man I love. You will therefore be the first to experience the anger of Erin Curry Odan, the queen of Zama in exile. And so, let's beat them together. She could injure you. My suit's shield can handle it. Use my new technique as cover fire. Okay. As cover fire. Wie geht es LS und links, rechts? Dann bin ich ja mal gespannt. Ja, äh... Range Detects kontern. Äh, wie heißt es? Ähm... Distanzattacken kontern. Mensch. Einige Gegner, äh... ziehen es vor... Äh, ziehen, äh... Distanzattacken vor. Du wirst oft einen Haufen Schaden kassieren von denen, wenn du es nicht schaffst, äh... ihre Attacken zu blocken oder Astralprojektionen in dem Moment zu aktivieren, äh... um näher an sie heranzukommen. Wie auch immer, Erin hat, äh... mittlere, äh... hat, äh, Projektilzaubersprüche mittlerer Stärke, die einige Typen von schwächeren Projektilen und Zaubersprüchen zurückschießen. Das bedeutet, du kannst diesen Zauber als, äh, Schutzfeuer, äh, benutzen, als Deckungsteuer. Das wird dir erlauben, näher an den Gegner heranzukommen, äh, und, äh... Ja, ohne... ...all zu viel Samina zu verlieren. Aber vergiss nicht, dass einige Projektile oder Zaubersprüche das Ganze aufheben könnten. Okay. Na dann! Na dann! Weeeey! Ich bin wütend! I've never been so angry! The fire of Sama's queen burns in me! So ready for your streng... eh, so yet ready your strength will burn with me! Okay! Engel! Hurra! Bam! Oh, what? Wuhu! Meine AP sind runter, stell ich grad fest! Scheiße! Ah! Nicht doch! Okay, ich sollte mal ein bisschen aufladen, glaub ich! So, jetzt... ...kommen wir mal wieder damit! Jawoll! Und... ... jetzt... ... jetzt... ...können wir mal wieder ein bisschen... ... Feuer fangen! Okay, so konnten wir uns auch ein bisschen über den... ... äh... ... Distanzattacken halten! Wunderbar! So, erst mal das Ziel hier unten weg! Und... ... jetzt... ... holen wir uns noch mal ein bisschen was an AP! Vielleicht hier unten! So, heil mich mal bitte! Wunderbar! Wo! Wow! What?! Das war nicht die Stelle, an der ich das brauchte! Queen's Anger ist freigeschaltet, okay! So, jetzt aber! Feuer! Und... Los geht's! Na komschalden! Hohohoho! Nice! Burn them all, fuckers! Betrayal is the strength of those who are only loyal to their own interests. Those who will happily walk over the corpses of others to get where few can follow. Women should do whatever they want! Manipulate, seduce, deceive! Any weapons that will get them where they want in a world full of men! Those who don't end up dying disillusioned and under the yoke! Eren Kuriodan? Ja, na klar! Du bist ne ganz tolle! Woop! Gah, the daggers are really irritating! So, ich sollte mal ein bisschen was an AP wieder sammeln. Ja toll, jetzt hat sich meine Erbe auch grad aufgehoben. Aber sie scheint grad so ein bisschen da festgehakt zu sein, oder? Das find ich gut! Da kann ich nämlich mal ein bisschen meine Kräfte wieder aufbauen. Und dann holen wir uns mal so richtig AP. Wunderbar! Über 400 sogar! Hohoho, wie weit können wir das denn treiben? Oioioioioi! Meine Güte! Ich glaub das wird ungemütlich für sie! Oh ja! So, und jetzt? Zeig mal was du kannst Mädchen! Hahaha! Bam! Und gleich noch einen hinterher! Der ist noch besser! So, dann müssen wir bloß mal hinterher gehen hier! Ach, schade! Der ging leider ins Nichts! So, jetzt bräuchte ich noch mal ein bisschen Heilung glaube ich! Das ist natürlich jetzt sehr ungünstig! Nicht so schlau von mir gewesen! Okay! Jetzt sind wir wieder dabei! Oh man, die alte nervt! Jawoll! Ach, schade! Das der nicht getroffen hat, ist ärgerlich! Sie ist da! Ich weiß, ich weiß, ich weiß! Hahaha! Ich warte, du kannst! Was machst du denn? Er bewegt sie! Jetzt! Äh, was? Wie hast du das denn gemacht? Okay! Das hättest du vielleicht gern, oder? Ich werde dich runter senden! Wo bist du denn? Ach, sie kriegt wieder oben rum, okay! Und BAM! Haha! Wir können wieder kämpfen! Oh ja, das können wir! Ach, schade! Okay, sie scheint nicht so viel anderes zu können gerade! Okay! So viel dazu! Ja! Doch, sie kann was anderes! Oh shit! Heilung! Heilung! Nein, ich brauche Heilung! Heilung! Heil mich! Danke! Haben wir sie besiegt? Nein, noch nicht! Okay! Okay! Aber... Aaron hat mir gerade schon den Arsch gerettet, glaube ich! Okay! Diese Dinger sind sau nervig! Beziehungsweise sie ist generell sehr nervig! Okay! Wenn sie da ist, kriegen wir sie! Ja, wir kriegen sie! Heile mich! Nein, heile mich! Heile mich! Heile mich! Heile mich! Heile mich! Heile mich! Meine Güte! Das ist teilweise ein bisschen irritating, wenn man hier mehrere Sachen hat! Ach, wisst, ich komme da auch nicht zu ihr hin, wenn sie dieses Training einsetzt! Das ist natürlich schade! So, schön ein bisschen bei Kraften bleiben! Kommt sie auch mal wieder runter? Oh, ist das nervig! Ja, ja, ja! Ist ja gut! Garden of the Traders! Oh Gott! Ich komme nicht rüber! Über die Scheiße! Jetzt! Das war's für dich, Alter, oder? Immer noch nicht! Gibt's ja gar nicht! Okay, die Providiersdrehen, da können wir nicht so viel machen! Das war ein Fehler! Jetzt habe ich dich! Und Feierabend! Kleine Verräterin Du hast es hinter dir Wunderbar It's over Ah I have lost Can you give us a moment? I'll wait for you Ah You want to kill me Yourself No I only want to know why Why hate Why this malice Since we've left Zama We've encountered only angry and mistreated people What has made you like that? It is It is truly So hard Being beaten by such simpletons You love your husband, do you? You believe it? You will always be there for each other? Yes We grew up together and I can count on him Just as he can count on me Before becoming my husband He was my best friend Then the day he uses you as an object When his ambitions bring him new conquests That day you understand Why I feel hate I will tell you where to find our chief When you've seen him You will understand This forest bowed you up Is the place where my dreams died Here I decided to kill the dream of all those who believe in the promise of a better life A grave for the desperate I was like them And I hate myself for this weakness I was like all those women Who hoped to be protected by a man But to end up used Humiliated But none of that counts I'm going to reach the great veil From there I will devise my revenge Check this, Aaron Coriota You will need it to activate the clue That leads to the exit of Bodhiap Heilzeug, na gut So viel Hass, so viel Wut Bis zum Ende Do you want to be avenged? Even in death You are so hateful Haha You're really a child My legacy is trembling at your manipulation Whether you or my boss wins In both cases I will be avenged Learn that lesson A woman always get what she wants She knows how to manipulate Behind the scenes Sie kannte nur diesen einen Weg Und nun ist sie hinüber Die desillusionierte Frau Die nur Hass kannte Tja Wer Hass sät Der erntet auch Hass Und Ich glaube Hat sie uns jetzt irgendwas gegeben Um den Den Teleporter Wieder zum Laufen zu kriegen Ich weiß es nicht Achso, ich dachte Wir können ja nach rechts gehen Ach nee, wir sind ganz rechts Okay Ja, dann müsste das ja Theoretischerweise Für den Teleporter sein Denn ansonsten Ist hier nichts mehr Es gibt hier nichts mehr Für uns zu tun Wir sollten wieder weg gehen Ein Ort des Hasses Ein Ort des Todes Schnell zurück Nach oben Am besten schnell zurück Weg aus diesem Wald Ist ja schrecklich Wie die Leute hier drauf sind Okay Hier sind überall wieder Wachen Ich würde sagen Diesem Boss Der Räuberbande Dem stellen wir uns erst Beim nächsten Mal Ich werde vielleicht noch So ein bisschen leveln hier Mal schauen Wie ich so zeitlich zu finde Und wir werden uns Beim nächsten Mal anschauen Was genau Uns denn zeigen wird Warum Äh Ich weiß gar nicht mehr Wie sie jetzt hieß Die Die zweite Räuberhauptmannin Sozusagen Warum sie so geworden ist Wie sie war Warum sie nur Hass kannte Nur Manipulation Nur Gewalt Nur Tod Der Mann muss ja tatsächlich Schrecklich sein Der diese Räuberbande anführt Aber Wir werden es sehen Beim nächsten Mal Ist auf jeden Fall interessant Welche Aspekte Das Spiel hier so aufzeigt Und welche Konflikte auch Also Wir hatten ja schon so einiges Jetzt gehabt Die Rolle der Frau Äh Dann Gewalt Und Äh Die Täter Nicht bloß als Täter Darzustellen Sondern eben auch Aufzuzeigen Wie sie da hinkommen Dahin läuft es ja Jetzt letztendlich Wir hatten Flüchtlingsfragen Wir hatten auch schon Beziehungsstreit Beziehungsweise Äh So kleine Streits Die so unter Liebenden halt auftreten Wenn irgendwelche Größeren Ja weiß ich gar nicht Ich das ausdrücken soll Größere Hindernisse halt auftreten Einfach Größere Probleme Und äh Wie trotzdem nicht die Liebe Anzweifeln zwischen dem Äh anzweifeln lassen Zwischen den beiden Und das gefällt mir alles sehr gut Ich muss sagen Es ist äh Mit sehr viel Sorgfalt Äh Kreiert das Ganze Und es ist nicht einfach bloß Ein durchrushen Durch die Geschichte Sondern es werden sehr viele Dinge So leise an der Seite Mit angesprochen Äh Wo man sich wirklich Gedanken gemacht hat Glaube ich auch So eine konsistente Welt Äh Zusammen zu bringen Äh In der halt vieles Äh Angebracht wird Was irgendwo den Spiegel vorhält Äh Gegenüber wirklichen Dingen In unserer Welt Und ich bin echt gespannt Wie das denn weitergehen wird Im Verlauf der Story Und das schauen wir uns beim nächsten Mal an Bis dahin macht's gut Schaut rein Und äh Seid gespannt Auf die nächste Folge Von Let's Play Orion Legacy Of the Kory Odans Bis bald